So, da bin ich wieder. Ich habe 50 Dollar gewonnen. Das sollte erst einmal ausreichen. Ich habe aber noch eine andere Idee in der Honeymoon Suite. Wir konnten ja... Äh, ja. Wir können ja... Also wir haben... Als wir die Batterie geholt haben von dem Vibrator, da mussten wir auch mehrfach drücken. Was ist, wenn wir das Radio mehrfach drücken? Das ist mir gerade eben so noch eingefallen. Klopf, klopf. Hallo, wer ist da? Oh, yeah. Oh, danke, Honey. Äh, nee, das wollte ich nicht. Ich drücke einfach nochmal das... Was ist, wenn ich nochmal drücke? Äh, nee, 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 nee. Ich verstehe das nicht. Wie viele Mal hat das mit dir passiert? Du hast gerade heiratet und hast vergessen, die perfekte Bottle Wein für deinen Weihnachten zu bekommen. Keine Frage, dass die Hotel ihre feinste Bottle von roten, überpreisenden Garbage verbreitet. Keine Frage, dass sie bei der Konvenienz-Store verkauft werden. Der Taxi-Driver wird wahrscheinlich alles trinken und du wirst in einer fehlenden Crash. Keine Frage, dass das mit dir passieren wird. Komm, schnappige Likors. Wir gelten irgendwo, irgendwo, in 5 Minuten oder weniger. Wie machen wir das? Das ist das, was ich möchte wissen. Simple, wir kaufen in bulk und passen die Verkaufungen an zu dir. Das ist nicht die Frage. Call jetzt, 555-8039. Das ist 555-8039. Licker quick, mit schnappige Likors. Und jetzt, zurück zu mehr Barbara. Fawn turns off the radio. Danke. Go order uns das Wein, Larry. Please? Es wird alles absolut perfekt für unsere, you-know, Canubial joining. Das ist so romantisch. Right away, dearest. Yeah, baby. Okay, meine Süße. Für dich. Tue ich doch alles. Ich bin gleich zurück. Zieh die schon mal aus. So, ich brauche ein Telefon. Das war... Wo war das? In welchem Stockwerk? War das im zweiten? Oh, ja. This service phone only reaches numbers inside. Äh, achso. Draußen. Draußen gibt's doch bestimmt ein Telefon, oder? So, ich renne mal weiter raus. Raus, 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 raus. Schneller, schneller, schneller. Der bewegt auch seine Arme. Sehr, sehr komisch. Oh, hier gibt's kein Telefon. Gibt's drüben ein Telefon? Ich hab nur 50 Dollar. Gibt's natürlich nicht. Äh, da muss ich wohl wieder ein bisschen Geld, äh, ein bisschen Geld, äh, spielen. Denn ich weiß nicht, äh, wie viel, ähm, wie viel der Wein kostet. Also, ich speichere das jetzt. Ich zeig's jetzt mal. So hab ich das immer gemacht. Ich speichere ab. Ähm, ich hab nur das wieder zurückbekommen, was ich ausgegeben habe. Ja, wie denn nur das, was ich ausgegeben habe? Noch ein Stern. Nein! Verloren. So, jetzt muss ich wieder laden. Ich lade, zack, zack. Äh, jawoll. Ich möchte wenigstens, also 80, 80 Dollar wäre ganz nett. Noch mal 7. Nein! Arck! Inzwischen bin ich, äh, fix beim Laden. Ich nehme mir jetzt einfach mal 40 Dollar. Schon wieder verloren. So ging's die ganze Zeit. Ich hab bestimmt jetzt eine halbe Stunde nur darum umgesessen, um das ganze Geld immer zusammen zu spielen. Ja, wir kriegen aber nur das Geld zurück, was wir gerade, äh, äh... Nein! Nothing happens. Ja, ja. Ich will laden. Einmal noch, wenn das das denn nicht wird, dann mache ich das wieder im Offline. Oh, gib mir Glück, 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 Glück. Ich will jetzt, äh, ich will jetzt was gewinnen. Äh, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt 100 Dollar gewonnen, beziehungsweise 50 normal. Jetzt habe ich 100 Dollar insgesamt. Das sollte doch erstmal ausreichen für die Fahrt. Und... Ich hoffe, für die beiden... Das ist eine Katze. Das ist eine Katze. Hi, Kumpel, ich bin's. Where to? Äh, wo war denn das Telefon nochmal? War hier ein Telefon? Nicht hier, da war ein Telefon, ne? Schilder aufstellen verboten. Sagt ein Schild. Alter, 24 Dollar. Wucher ist das. Ah, das ist Telefon. Ja, sehr gut. Du gehst das Telefon und, um dein Geist, kriegst du einen Dialton. Das Ding muss für die Freude spielen werden. Cool. Where is the Beef? Ähm... 5, 5, 30... 38? Was war das? Hm, was war das nochmal? 39... Halt, zurück. Ich drücke einfach mal irgendwas. Ja, ja. 55, 39, äh... 303... Halt, zurück. 55, 303, 9. Das war doch die Nummer, oder nicht? Das war doch die Nummer. Oder war es 2929? For a good call, 5, 5, 1, 2, 3. 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, Hot to Trot chat line. Now, swinging singles like you can chat one-on-one with other swinging singles. Also like you. There's nothing hotter than guys who spend their Saturday nights at home, paying 2.99 a minute to make awkward small talk with invisible strangers, most of whom are other guys. You're also invited to call our psychic legal hotline. Press 2 now to get real legal advice from a psychic. Or press 3 now to get psychic readings from a real lawyer. Or press 4 now to connect with our tractor-trailer-trekking institute. Find out how you can earn fast money, driving big rigs for 48 hours straight on nothing but coffee and Slim Jims. All lines are down for maintenance. Please try again later. Thank you. Okay, aber ich bin immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht die Nummer. Ich bin mir sicher, dass es 39 war. Ähm, 5, 5, 5, 5, 3, 0, 3, 8. 5, 5, 5, 5, 2, 0. Ich hab's vergessen, ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Ähm, äh, ein Moment. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder, ich habe heimlich meine technischen Möglichkeiten ausgenutzt und weiß jetzt die richtige Nummer. Bei mir 80. Hallo, Snappy Liquor Delivery. Wir deliveren Liquor in a Snapper. Ja, ich habe gerade gehört, dass du auf der Radio-Adresse hast. Und ich würde gerne ein wenig Wein kaufen. Wo willst du es beendetet? Die Weihnachten-Suite in Caesar's Phallus, bitte. Und auf sie. All unsere guten Wein sind auf sie, Sir. Das ist warum sie sind gut. Oh, sehr sophisticated. Und? Ihr order hat sich geprüft. Wir senden einen unserer heißen jungen Jungen sofort. Thanks for calling. Was er bedeutet, heißen? Das hört sich nicht sehr... Ich habe da so einen Verdacht, die... Unsere Frau wird uns doch nicht betrügen. Das ist ein abgekatertes Spiel von der. Schnell zurück. Ich muss ganz schnell in meine Frau erwischen. Auch nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Wählen Sie Kanal 1060 um, weißes Rauschen zu genießen. 23 Dollar. Spinnen die hier oder was? Ich gehe rein. Ich kann schnell... Beeil dich, Larry. Schneller, schneller, schneller. Du willst doch nicht deine Frau verlieren. Oder wir. Wir wollen doch nicht unsere Frau verlieren. Du, unsere heiße Mieze. Das geht doch nicht. Mieze. Könnte jetzt auch was zu Mieze sagen, aber das ist dann peinlich. Was ist für eine andere Person? Oh, Larry. Es ist du. Ich dachte, es war dieser süße junge Delivery-Jun. Hm. Was bedeutet sie von dem? Oh, gut. Du hast es entschieden, zu lassen. Nachher ist das deinem Weihnachten. So läuft der Hase. Da ist was. Das nehme ich doch mit, oder? Ein echter Mann hat immer Weingläser zur Hand. Für dich. Au revoir. Hier ist es zu uns. Hier ist es zu dir, Larry. Wann gibt's Essen? War doch richtig, oder? Wie geht's jetzt? Ja, Larry. Das ist es. Das ist, was wir warten. Gut. Bist du relaxiert, Milo? Ja. Bist du bereit für mich? Ja. Oh, ja. Dann. Lass uns bereit sein, zu rumbeln. Was? Oh. Was zum Teufel? Was macht dich? Lass mich... Lass mich... Lass mich aus dem Weg. Lass mich aus. 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 Was ist passiert? Lass mich aus. Das war großartig für mich. Was ist es für dich? Uh, ist das es? Das ist es. Danke für alles, Lass. Es ist Larry. Danke für den ring, den Knie, den Geld, den das, den das, den Konten von deinem Wettbewerb. Du hast vergessen, mich für den Wein. Oh. Ich habe dir ein paar Bucke. Ich bin nicht totales Herz. Aber meistens. Und danke für den Wein. Und... Oops. Du hast mich monologuing. See you later, sucker. Fawn? Sweetheart? Ein weniger Mann würde sich durch diesen Turn of Events verhoben werden. Aber nicht du, Larry. Du hast Optimismus. Du hast Resilienz. Du hast einen Weg aus. Oh Mann. Unsere Frau hat uns betrogen. Die Zeichen haben sich auch sehr verdichtet da. Das ist... Das ist doch scheiße. Ich wollte doch... Wollte doch mit der... Oh... Und diese Frau ist weg. Sehr clever, Larry. Du hast du deinen Knife aus deiner Pantlen gearbeitet und es benutzt, um die Bungee zu schlagen, bis... Gut gemacht, Larry. Du bist frei. Du hast schnell getestet. Jetzt fühlst du bereit, um zurück zu gehen und den Welt zu verletzen. Wieder. Der lecker Knife hat sich in der Prozess verbringst. So wirst du davon ausgleichen, wie ein responsable Gamer würde tun. Ja, wie denn? Kann ich den Wein trotzdem mitnehmen? One glass is enough, Larry. You want to be... Hm. Wie platzt mir den jetzt weggenommen? Oh, ich habe noch 5 Dollar. Juhu. Jetzt muss ich... Jetzt habe ich aber die Bungee-Seile. Und... Aber jetzt muss ich wieder Geld erspielen. Das gibt es doch nicht. Wie viel Geld ich hier brauche. Aus. Ja, hatten wir die erste Heizemieze. Mautzy ist, ähm... The Diver holds her nose and points to your mouth. Wow, Larry. Ja, ja, gehen wir. Hat uns abserviert, hat uns ausgenutzt, schamlos. Wir machen mich ganz traurig. In a swim-gym or something. Alter, ne Maul. Tauber Luga. Hat uns ausgenutzt. Ah, wir haben noch Face. Face ist noch da. Und dann brauchen wir aber die Pillen und wir haben Bungee-Seile. Und bevor wir irgendwas machen, brauchen wir wieder Geld. Und wie machen wir das? Klar, in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss. Tauber Luga.